Corona bedeutet ganz sicher für die internationalen Beziehungen der Gegenwart eine ganz entscheidende Veränderung. Aber sie wirkt nicht überall als das ganz Neue, sondern sie katalysiert auch Konflikte, die wir schon vorher gesehen haben. Und ich würde drei Bereiche nennen, wo das besonders deutlich wird. Das eine ist die Intensivierung des chinesisch-amerikanischen Gegensatzes. Den gab es bereits vor Corona, aber der hat über Corona natürlich deutlich an Fahrt gewonnen. China, das sich als die globale Gesundheitsmacht inszeniert und die Probleme der Impfstoffversorgung, der Testung in der Endphase der Präsidentschaft von Trump. Die zweite Ebene, die für diesen internationalen Bereich von großer Bedeutung ist, ist, wenn man so will, die Krise der Europäischen Union. Das war eine Doppelkrise von Brexit und Corona. Aber die Frage wird gestellt, ist Europa in den internationalen Beziehungen eigentlich noch ein starker Akteur? Und der dritte Bereich, den ich da nennen würde, ist wiederum einer, der durch die Erfahrung dieser Pandemie katalysiert wird. Die Neuentdeckung von Imperialität, von imperialer Herrschaftsfantasie. Denken Sie an Russland, die Feier des 8. Mai 1945 oder die Politik von Erdogan aus der Türkei, sozusagen eine regionale Großmacht zu machen. In Syrien, in Nordafrika, auf all diesen unterschiedlichen Ebenen katalysiert, beschleunigt, intensiviert Corona-Konfliktwahrnehmungen, Krisenwahrnehmungen. Und das wird uns sicherlich noch einige Jahre weiter begleiten. Natürlich sind von Corona Menschen in unterschiedlichen Berufen, in unterschiedlichen Generationen unterschiedlich betroffen. Denken Sie an Gastronomen und Hoteliers, die vielleicht vor zwei oder drei Jahren goldene Zeiten hatten und die jetzt nicht wissen, wie sie überleben. Während Lehrer, Universitätsprofessoren als Beamte weiter jeden Tag bezahlt werden, ob sie Homeoffice machen oder nicht. Ich glaube, die Ungleichheit tritt stärker hervor. Denken Sie an die Unterschiede zwischen Rentnern und Pensionären auf der einen Seite und Jüngere, die im Augenblick nach einem Schulabschluss, nach dem Ende der Lehre unter Umständen nicht sofort einen Arbeitsplatz finden und die in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten mit den finanziellen Belastungen aus dieser Krise zu tun haben werden. Denken Sie aber auch an Unterschiede, wie die Corona-Krise das Leben von Migranten verändert. Denken Sie an die Unterschiede zwischen kinderlosen Ehepaaren und Alleinerziehenden. Dazu kommt, dass die Lasten auch in den nächsten Jahren, die Lasten aus diesen großen Hilfsprogrammen ganz unterschiedlich im Augenblick Menschen belasten. Insofern, die Corona-Krise macht die Unterschiedlichkeit, auch die Ungleichheit in der Gesellschaft deutlicher und auch das wird uns viele Jahre begleiten. Ich glaube, dass die Menschen in der Corona-Krise vielleicht auch erlebt haben, wie viel ihnen dieses Europa freier Grenzen wert ist. Daran haben wir uns in vielen Jahren gewöhnt und als im Frühjahr letzten Jahres diese Grenzen dicht wurden, ist vielen Menschen vielleicht erst zum ersten Mal auch bewusst geworden, was dieses Europa in ihrer eigenen Lebenswelt bedeutet. Das gilt nicht nur für den deutsch-französischen Grenzverkehr im Elsass oder zwischen Deutschen und Polen in Görlitz. Es gilt auch für alle Art von Mobilität. Denken Sie an die Zehntausenden von Studierenden, die Erasmus über Jahre und Jahrzehnte genutzt haben. Ich glaube nicht, dass dieses Europa freier Grenzen zu Ende ist. Es gibt einen großen Wunsch nach dieser Mobilität und ich glaube, das werden sich die Menschen, wenn diese Pandemie zu Ende ist, auch nicht nehmen lassen. Im Kalten Krieg war dieses Europa der Grenzen unabsehbar lange ein Europa der Grenzen. Bei der Pandemie wissen wir, sie ist irgendwann überwunden und dann werden sich die Menschen, da bin ich ganz sicher, dieses Europa freier Grenzen, offener Grenzen, freier Mobilität auch wieder zurückerobern. Und das werden sich, sie ist Ähnliches gesprochen.